Also es ist ja selten, dass ich mir etwas wünschen darf, was irgendwo im Geheimsten ist. Es ist eigentlich eh traurig, dass man so gar keine Wünsche aus den Ärmel beuteln kann. Aber mir fällt eines ein, ein paar Tage mit meiner Tochter, dass sie von Zürich nach Katz fliegt und wieder zurück und ich ein paar Tage mit ihr verbringen könnte, wieder verbringen könnte.